Du kennst doch bei Baustellen diese Pressdufthammer, die sehr laute Geräusche machen. Die haben jetzt was Neues entwickelt, die haben am Pressdufthammer einen Kopfhöreranschluss eingebaut, damit der, der das benutzt, die Geräusche hört und die außerhalb nicht mehr die Geräusche hören. Ja, aber dann stört es auch denjenigen, der das benutzt. Das muss ja so sein, damit der, der das benutzt, also hört, was er macht. Ah, das ergibt Sinn. Dankeschön.